Wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir es endlich mal geschafft haben, in die Sasquatch Cross & Eco-Lodge, die ja hier an der Morris Valley Road liegt. Ich würde mal so schätzen etwa so zwei Stunden vom Vancouver entfernt mit dem Auto und in einer wunderschönen Gegend, ganz abgeschieden, großes Grundstück hier. Man ist hier völlig allein, man hat nichts, das ist ganz ruhig. Und ja, wir haben das große Glück, dass wir heute die Danny Stobart hier antreffen. Das ist eine große Rolle, die Sasquatch Cross & Eco-Lodge. So, wenn ich mich, ich frage mich, ein paar Fragen, weil wir hier sind. Ja, absolut. So, das ist ein sehr altes Haus, das ist ein sehr historisches Haus. Ich weiß noch nicht mehr, Fan Lodge, und jetzt ist es Sasquatch Crossing Eco-Lodge. Das ist korrekt. Das ist schon mal, dass das Sasquatch schon beantwortet hat. Und das Name Sasquatch Crossing ist von Staelas legend. Der Mountain behind us ist Sasquatch Mountain. Der Male Sasquatch live auf Sasquatch Mountain. Der Mann hat den Harrison River über die Woodside. Die Mädchen und die Mädchen und die Mädchen leben da. Wenn der Mädchen ist, die Mädchen und die Mädchen ist, dann geht es um den Harrison River hier und geht um die Mädchen zu finden. Ich wusste das. Das ist der Name Sasquatch Crossing. Ich wusste das nicht. Ich wusste, dass das die Sasquatch ist. Das ist wo die Lagerung oder Bethlehem kommt. Aber ich wusste das nicht. Das ist die Geschichte. Denny, bitte uns ein bisschen über die Lagerung. Es war in 1903. So ist es auch für die Kanadien-Standards. Ja, das ist für die Kanadien-Standards. Es ist ein sehr, sehr, sehr altes Bildung. Es wurde in 1995 und es wurde in 1997 als Fenn Lager. Und jetzt ist Sasquatch Crossing. Sasquatch Crossing Eco Lager. Und wir haben jetzt den wunderbaren Soria Lager. Ich liebe es. Excellent, excellent. So we have 8 bedrooms. 7 standard rooms. Und dann eine, was wir call a family suite. Tell me a little bit. Because it's called an Indigenous Tourism Operation. Tell me a little bit about that Indigenous touch. I mean, apparently you're Indigenous, you're a member of the Staelas Band. Yes. And so what makes it Indigenous? I mean, we've seen all these artwork here all over the place. Yes, that is my husband's and my, it's our private collection. And we just want to share that with everyone. And you brought it here to the Lodge? Yes, we did. And you're managing the Lodge for the Staelas Nation? That is correct. Okay. That is correct. And what else do you do? Do you do anything? I mean, are you serving special food or? Oh, we make all the jams and jellies that we serve here on the property. And we get all the product for making those jams and jellies from the property. Yeah. Any Indigenous type of meals, bannock or something? Yeah, we do bannock. Oh. We get some salmon usually every year. And so my husband will smoke a portion of that. So we'll serve smoked salmon bannies or smoked salmon for time. You get salmon every, what does that mean? You go on the market and buy the salmon? No, our fishery, our Staelas-owned fishery. We get an opening on the river and we can get food fishery. So it's not for sale. Oh. It's fishing to support the Staelas First Nation. Okay, so you get the, you get your salmon from the Staelas Bend then? Yes. Oh, you get a certain amount of salmon? I get, I get 10 salmon every year for, for the bed. And you give it to your customers? Yes. Yes. We, we, we smoke it. Smoked salmon. Smoked salmon. Awesome. Can I be your customer? Absolutely. Perfect. Eight. Six. Three.